Servus, ich bin die Maike, bin 25 Jahre alt und bereits seit vier Jahren bei BodyStreet. Ich habe damals mein duales Studium gemacht im Bereich Fitnessökonomie und war bis vor kurzem Studiomanagerin. Seit diesem Jahr habe ich eine neue Herausforderung annehmen dürfen und die Chance bekommen, gleich zwei Standorte zu leiten und zu betreuen und diese mit aufzubauen. Was ich so cool am BodyStreet finde, ist, dass es nicht wie eine normale Arbeit ist, wo man hingeht, seine Zeit absetzt und wieder zurückkommt, sondern dass man diese acht Stunden wirklich mit Leben und mit Liebe füllen kann. Man arbeitet mit coolen Leuten zusammen, lacht, hat Spaß zusammen, macht zudem auch noch ein bisschen Sport und kann anderen Leuten dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum ich mich damals für BodyStreet entschieden habe, denn ich möchte Leute dabei begleiten, sie an ihre Ziele zu bringen und über sich hinaus zu backen. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was ich bei BodyStreet am besten finde, dann auf jeden Fall die Abwechslung und dass ich mit so vielen Leuten zusammenarbeite. Nicht nur mit meinen Teamkollegen, sondern auch mit den ganzen Mitgliedern, die wir haben, dass es so viele coole Gespräche sind, wir auch mal einen Kaffee zusammen trinken, dass man zusammen abfeiert, Erfolge feiert, Ziele feiert, dass man über seine Stärken und Schwächen am Ende einfach noch mehr Bescheid weiß, sich Herausforderungen stellt, sie annimmt und gemeinsam meistert. Wisst ihr, bei BodyStreet arbeitet ihr immer in einem jungen und dynamischen Team miteinander. Und deswegen muss ich auch gar nicht lange um den heißen Freien herumreden, warum das so geil ist und was unsere Atmosphäre ausmacht, sondern kommt einfach mal vorbei, schaut es euch selber an, macht euch selber ein Bild davon und begeistert euch.